Das kommt davon raus, wenn man der Heumock dann übt. Nehmen wir dir ein Gebeispiel. Wenn ihr glaubt, das war alles, dann habt ihr euch getuschen. Wo spielt man sich hier? Getuschen. Das ist ja Vergangenheit. Das ist Vergangenheit, da habt ihr euch getuschen. Duschen! Duschen! Duschen, händere ich. Klaus, spürst du auf? Wasser! Bonne job! Schöne! 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 Schöner! Schönen?? Schönen? Schönen intellectusscheln? Musik 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 Musik